4D Pro Hard work is now hard fun Unter diesem Motto sind wir heute hier am Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Stuttgart und stellen euch das, wie wir finden, wohl effektivste und innovativste Trainingsgerät für jedermann vor. Ein Meisterwerk des international angesehenen Mediziners und Sportwissenschaftlers Dr. Dr. Omayun Garabi. Gründer der Deutschen Akademie für angewandte Sportmedizin und seit 1997 Health & Conditioning Coach und internationalen Spitzensportwirt. Wie zum Beispiel das deutsche Nationalschwimmteam und zuletzt das russische Schwimmteam der Frauen bei Olympia in London. Der 4D Pro Reaction Trainer ermöglicht einen höheren Kalorienverbrauch pro Zeitanheit, schnelleren Muskelaufbau und eine bessere Athletik. Was hat es jetzt nur mit dem 4D Pro auf sich? Finden wir es heraus. Heute führen wir einen Workout durch mit dem international gebuchten Tänzer und Model Micky Kurz. Welche Rolle spielt für dich die körperliche Fitness in deinem Beruf? Körperliche Fitness ist so das A und O für mich. Ich bin ja mit meinem Geld, also muss es auch stimmen. So erstmal vom Look her, vom Aussehen her. Aber für mich ganz wichtig, gerade als Tänzer auch, ich brauche die kleinen Muskeln oben trainieren, damit ich die Stabilität im Körper habe, damit ich die Balance finde auf der Bühne. Ja, das ist so das Wichtigste für mich. Also Micky, das folgende Workout wird jetzt 20 Minuten dauern. Was glaubst du, was dich erwartet? 20 Minuten nur. Hätte ich mehr vom Tag, das ist auf jeden Fall gut. Aber ich bin gespannt, ob du... Also wenn ich kaputt bin, nach 20 Minuten, dann gebe ich mir meinen Segen. Durch die elastischen Bungee-Elemente ermöglicht der 4D Pro Reaction Trainer ein dynamisch funktionelles Krafttraining. Micky muss seinen Körper in den Flugphasen dynamisch kontrollieren. Deshalb sprechen wir hier nicht von dem klassischen Core-Stability-Training, sondern von Core-Control. Somit werden in einer Übung mehr Muskelpartien einbezogen. Das schafft eine bessere Funktionseinheit des kompletten Körpers und einen höheren Kalorienverbrauch. In die stark exzentrisch arbeitende Muskulatur wird ein hoher Trainingsreiz gesetzt, der dir ein Muskelaufbautraining ermöglicht und deine Koordination verbessert. Was die Performance von internationalen Top-Akläten aus der Premier League und NBA auf ein anderes Level gebracht hat, ist jetzt deine Chance, in die Form eines Leers zu kommen. Gut, jetzt. Musik Ja, gut! �wolder Schön rausdrücken! Genau! Und raus! Rose Es ist alles aufgeputzt, ich kann nicht mehr, ich kann gar nicht sterben. Hast du eine gute Figur aufgegeben. Ja, danke. Hat euch Spaß gemacht, krass. Ich kann es echt nur weiterempfehlen. 4D Pro, Hard Work is no Hard Fun. Ihr wisst um was es geht, liked unsere Seite und habt Spaß am Training. Nice. Mödel'n, Mödel'n. Jörg'n, Mödel. Mödel'n. Mödel'n, Mödel'n. 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 Untertitelung des ZDF, 2020